Mehr Energie, weniger Stress, gesunder Schlaf und die Linderung von Schmerzen, das und noch mehr verspricht ein Schmerzpflaster, das derzeit im Umlauf ist. In diesen sogenannten Power Strips sind angeblich nur natürliche Wirkstoffe drin, die wahre Wunder bei Patienten und Patientinnen bringen sollen. Im Kurzentrum Bad Vösslau testet derzeit ein Schmerztherapeut diese Pflaster. Onka Tackerts mit dem Ergebnis. Mit einem Schlag am 5. Oktober waren keine Schmerzen mehr da. Und dieser schmerzlose Zustand hält bis heute an. Innerhalb ein paar Tage war bei mir überhaupt kein Schmerz mehr, weil das strahlt so auf den rechten Fuß. Diese Ischias-Schmerz, das ist alles weg. Ich habe auf der Brust hier eine Operation gehabt beim Hautarzt. 6-7 cm Narbe, das war vor 14 Tagen. Und ich verwende das Pflaster seit 14 Tagen. Und die Narbe sieht man nicht mehr. Diese Patienten haben alle zum Teil jahrelange schmerzvolle Krankengeschichten hinter sich, die sie jetzt offenbar einfach wegkleben können. Mit diesem unscheinbaren braunen Pflaster, dem FG Express Power Strip. Die Wirkstoffe, die auf dem Werbefolder deklariert werden, sind rotaquarianischer Ginseng, Silberionen, Germanium und Phytoplankton aus dem Meer, die bis zu 48 Stunden ihre Wirkung auf den Körper entfalten sollen. Klingt wie Zauberei, habe ich auch gedacht. Man lernt ja im Leben viel kennen von Pflastern, von Salben und so weiter. Bei diesem Produkt, muss ich aber sagen, muss wirklich was dahinter stecken, weil ich habe noch keine einzige negative Rückmeldung bekommen. Seit einigen Wochen probiert Herr Stockinger an seinen Patienten das Pflaster aus mit durchschlagenden Erfolgen, so der Therapeut. Und sogar bei seiner 10 Monate alten Tochter konnte ein böser Hautausschlag, der eigentlich Antibiotika gebraucht hätte, offenbar nur durch die Wirkung des Pflasters geheilt werden. Ich habe dann das in meine Eigenverantwortung genommen und gesagt, okay, eine Nacht möchte ich die Pflaster geben und schauen, was sie am nächsten Tag tut. Wenn es mehr wird natürlich, dann werden wir gleich Antibiotikum anfangen. Ja, zum Erstaunen, am nächsten Tag sind diese kleinen Punkterlformen dieser Entzündung weg gewesen. Und die anderen, die bereits schon ausgeweitet waren von der Infektion her, diese sind nicht größer geworden. Diese Vorher-Nachher-Bilder sind in der Tat beeindruckend. Zauberei, Wunder oder sind hier tatsächlich rein natürliche Wirkstoffe in einer bahnbrechenden Weise miteinander kombiniert worden? Man kann es sich ein bisschen so erklären, wenn ein Nerv freigelegt ist, keine Schutzhülle mehr hat, dann reagiert er ständig mit Schmerz. Und dann muss man erst die Schutzhülle wieder schließen und das Abdichten des Leck und dann kann der Körper sich besser regenerieren. Und so ähnlich funktionieren auch diese Stoffe. Das heißt, da werden essentielle Aminosäuren zugeführt, da werden Polysaccharide zugeführt, da werden Spurenelemente zugeführt. Und die helfen dem Körper wieder in Richtung Aufbau und Regeneration. Das heißt, da werden wir in Richtung Aufbau und Regeneration.